Ja, komm! Tudelschlag, mit Tudelschlag, Kollege. Oh, Gott. Vollgefügt sind gefüllt in das Paket. Ja. Oh Gott, du hast den, oh Gott, du hast den, oh Gott, du hast den. Oh, das ist aber die Position des Kürzels. Oh, shit, jetzt. Oh Gott, du hast den, wenn wir die Kürzelsen brauchen. Platt November 9, Charly-Ekko. Du hast den Kürzelsen? Du Kürzelsen auf dem Kürzelsen. 2 Kürzelsen auf dem Kürzelsen. All die Hydraulik sind weg. All die Hydraulik sind weg. Roger, November 9, Charly-Ekko. Wo hast du den? Wir werden nicht den Kürzelsen weg. Wir müssen den Kürzelsen weg. Wir müssen den Kürzelsen weg. Und hoffen für den Kürzelsen weg. Wie geht ihr da? Wir haben ihn noch? Ich bin auf dem Kürzelsen. Er hat den Kürzelsen weg. Der Kürzelsen ist nicht fertig. Komm, ich stehe hier raus. Kommt da mit dem Vogel. Natürlich kommt der Zucht. Natürlich kommt der Zucht. Weißt du? Schatz, ich bin zu Hause. November 9, Charly-Ekko. Wenn du dein Kürzelsen wegschraubst, schau dir die Flasen wegschraubst. Schau dir die Flasen wegschraubst. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Ja, du weißt? Ich bin gut. Loss die Altitude schnell. Ich werde es in der Kürzelsen wegschraubst. Gott, helfe uns. Auf der Nivea, 9, Charly-Ekko. Was ist dein Stats? Gott, helfe uns. Nein, 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 nein. Ohohoho. Nein, 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 nein. Sie sind in der Kürzelsen. Gut. Schraub die Fähle. Und wenn der Kürzelsen es gemacht hat, schau sie wegschraubst. Natürlich, aber wirklich, Bro. Wir kommen hier raus, wir müssen uns bezahlen. Juste machen wir das. Ich werde uns bezahlen, nach der Straße. Na? Wir kommen bei The Forest. Ich schalte HW auf. Ja? Achso, okay. Jetzt kommen wir ein bisschen in den Gänge, Mensch. Telefon. Mh, lecker. Mh, lecker. Ja, lass dir das gepicht. Mitte oder ohne. Lalalalalala, lalalala. Ich höre jetzt dann zu Porta. Okay. Mh, lecker. Achso. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Guck mal, Spektakel. Wollen wir uns noch sehen. Danke. Begib dich zum Martinshaus. Ja, toll. Boah. Warte, wir sind ja nicht in den Meer. Ja, okay. Eine tolle Idee, da hinzufahren. Aha. Los, Michael, lauf, 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 lauf. Warte, wir wären schlau gewesen. Wir hätten sich tatsächlich bei Martin mal dazu zerstören können. Was? Ja. Es gab eine Veränderung der Pläne. Du musst nicht nach dem Ratsch kommen. Besuch mich bei Stoner Cement Works. Ein bisschen auf Sonora Road von da. Was machst du, Trevor? Nichts, was du nicht machen würdest. Trevor! Trevor! Ah! Ich würde das nicht machen. Irgendwie glaube ich das nicht. Trifft Trevor am Betonwerk. Darf ich erst mal ein Auto haben. Und wir wissen alle, dass da Patricia drin ist. Oder beziehungsweise bei Trevor ist. Das heißt, ihr seid jetzt noch mal richtig am Dampfen. Ach glück, du hast es gleich geschafft. Gleich hast es geschafft. Gleich hast es. Guck mal, das gibt ja schönere Waren. Eine bei denen der Blau ist nicht so schön. Oh, kaputt! Was ist das? Alles gefixt gar kein Problem. Oieieiei. Gut, der bricht auch gerne aus. Aber das ist ja auch normal. Oh Gott. Keine Ahnung. Das ist eine alternative Route. Vielleicht würde das Ding vielleicht mal in eine Ars-Pipe rein. Boah, hier ist auch mal weg da. Boah, Herr Pörber, Philips, Industrie. Was haben wir denn so scheiße gehabt? Da. Wo ist er? Ja, das ist eine gute Frage. Der Betonbär. Und da kommt er an die Frage. Was ist passiert? Warum hat er seine Auto? Das ist ein Kerl. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe einen Das ist das ja. Nein, ich habe ihn nicht gemacht. Aber ich habe ihn nicht verletzt. Oh, nein! Oh, Scheiße! Was hast du gemacht? Oh, ich habe gerade gesagt, was ich gerade gemacht habe. Oh, Scheiße. Ah, ich glaube, ich denke, dass wir ein wenig Zeit haben, während wir mit Martin diskutieren. Oh, du denkst? Warum solltest du nach vorne gehen? Okay, jetzt, Patricia. Sie hat bereits genannt, Schotgun. Haha, ich weiß, ein schöner kleinen Ort, in dem wir zusammenhängen können. Es ist ein sehr relaxender Ort. Ein kleiner Geflogen, ein Kabin in den Wald. Du weißt, was ich sage. Oh mein Gott. Folger, haben wir festgeklebt? Ja, eins, zwei, drei. Ja, komm, 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 komm. Alter, ernsthaft. Die Patchfischer. Den haben wir hier. Ein guter Tageslohn. Ja, danke. Das können wir ganz gut schaffen, oder wie? Du hörst, Chop? Ja, komm, Chop. Ach, komm, Chop. Warum jetzt? War das hier, oder war das auch das? Chop, kommst du? Ach ja. Wo war denn das denn eigentlich hier mit dem... Vollidioten, ich sag mal. Vorsichtig ausgedrückt. Gut. Ach, komm. Gut, Chop. Gut, Chop. Boah. 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 Wie ist folgender Job hierher gekommen? Hey, boy. Follow the button. Boah. Job kann Motorrädnere und andere Fahrzeuge folgen, in denen er nie einsteigen kann. Mit der Watt. Boah. 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 Guck mal, ich bin extra langsam. Boah. Boah. Boah, komm, Chop. Da nimmt ja was man bei GTA. Okay, das habe ich jetzt aber auch noch nicht gewusst. Ist schon... Ist ein bisschen fies. Ey, ist ja, ich, sorry. Ist doch jetzt. Aber ist doch also ein bisschen fies. Kann ja eh nicht voll, irgendwie... Ja, mit draufsetzen. Und sehr vorsichtig fahren. Was denn mit Hundebesitzer? war sehr wie ein Stück weiterfahren. Habt ihr lang gerannt oder? Natürlich hat er lang gerannt. Kommt, Schock. Na komm. Aber jetzt bloß ich meinen Hund anriffen. Dann gibt es hier nur Stress, Alter. Das ist bescheuert, ey. So. Komm her, hier. Oh, komm. Der Hund. Die haben einmal M und einmal D. Michael und Daphne. Michael und Daphne. Wir fahren jetzt mal zu Michael. Er ist ja die Tür. Deswegen fahre ich dann zu Devin. So. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Alter, ist auch nichts los. Ist denn jetzt kaputt? Die NSPD auf einmal, what the fuck? Ah, okay. Ach, wir können hier noch ein paar Sachen kaufen. Ist denn das? Au. Tiki-la-la. Tiki-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh. Alter, es ist nicht. Alter. So, was denn auch schon, ey. Sieht hier einfach rüber. Boah. Ja, komm. Na? Oh, 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 oh. Sieht ungesund aus. Vielleicht die Turbulenz, danke. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.